Hallo Freunde, heute kommt endlich mal wieder ein Bastelvideo und zwar widmen wir uns heute den 230 Volt. Viele haben mich immer gefragt, ob ich keine Einspeisung für 230 Volt habe und nein, hatte ich nie und werde ich wahrscheinlich auch nie missen, denn mit dem Solarpanel und so komme ich jetzt wirklich super gut zurecht, das hat die Kroatienreise gezeigt, aber der 4-1-Wert von Active, der macht es mir eben halt auch möglich 230 Volt anzuschließen und dann lädt er meine Batterie ganz normal. Und das möchte ich heute richtig vernünftig umsetzen, das heißt ich habe Komponenten gekauft, Sicherungen und auch FI-Schalter. Ich werde nochmal am Ende des Videos genau darauf eingehen, warum ich jetzt genau die gewählt habe und jetzt fangen wir einfach mal direkt an. So, das Ganze muss natürlich noch in den Bus verbaut werden und ich war natürlich nicht blöd und habe direkt, als ich meine Solaranlage eingebaut habe, direkt über den gleichen Weg ein Kabel verlegt, allerdings ist das zu kurz, deswegen benutze ich das jetzt einfach nur als Zugdraht und werde ein neues Kabel einziehen, hier rankleben und direkt in den Innenraum ziehen. Diese beiden sind jetzt die Leitungen, die von den Sicherungen weggehen und die möchte ich in eine extra Abzweigdose packen, damit ich von dort aus theoretisch jederzeit irgendwie eine Steckdose nachrüsten kann oder 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 und da wird dann natürlich auch mein Ladegerät angeschlossen, also der 4-in-1-Inverter von Active. Dies ist jetzt das Anschlusskabel zu dem Inverter, beziehungsweise zum Ladegerät und hier haben wir jetzt PE, Neutralleiter, Phase und die ganzen Komponenten verbinden wir miteinander. Den PE von der Dose auf die PE-Schiene, nun kommen wir zur Zuleitung, die von draußen kommt, eigentlich auch ziemlich klar, Farbe auf Farbe, also Neutralleiter auf Neutralleiter, Phase auf Phase und den PE setzen wir hiermit auf die PE-Schiene. Kleiner Test auf den FI-Schiene. Testknopf, funktioniert wunderbar. Jetzt schalte ich einen Leitungsschutzschalter aus und jetzt den anderen Leitungsschutzschalter. Zum Abschluss nochmal für die Technik-Geeks unter euch, warum habe ich das Ganze in einzelnen Komponenten genommen? Die erste Erklärung dazu ist, ich war ganz altmodisch im Baumarkt und die hatten keine kombinierte Geschichte. Das heißt, ich habe einen 25 Ampere FI und zwei Sicherungen a 10 Ampere. Und zwar 10 Ampere. Warum? Weil die meisten Campingplätze oder normalerweise ist es so, dass man 16 Ampere nutzt. Und ich wollte gerne, wenn irgendwas auslöst, dass es meine Sicherungen sind und nicht die vom Campingplatz. So habe ich immer gewährleistet, dass der Campingplatz mich nicht anschalten kann, falls bei mir irgendwas schiefgelaufen ist. Und natürlich, dass ich bei mir die Sicherungen wieder einschalten kann und nicht aus meinem Bus aussteigen muss. Deshalb diese Komponentenwahl. Unten in der Videobeschreibung findet ihr beides und zwar die kombinierte Version und auch die Einzelkomponentenversion. Also schaut gerne einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr alle Komponenten, die ihr braucht. Jetzt ist das Thema mit den 230 Volt auch abgehakt. Und wir können jetzt auf dem Campingplatz schön deren Strom nutzen, um die Batterie zu laden und die 230 Volt zu nutzen, ohne eine Kabeltrommel in den Bus zu legen. Eine kleine Sache habe ich noch. Es ist jetzt kurz vor dem Bulli-Festival in Wolfsburg. Und ich wollte unbedingt meine Matratzen neu beziehen, bevor ich da hinfahre, damit alles schnieke aussieht. Und das habe ich mal ohne die Kamera gemacht. Deswegen findet ihr hier jetzt nochmal ein paar kleine Ausschnitte, wie mein Bus jetzt aussieht, mit den neuen Bezügen. Und ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!